Ich heiße Nadine Angerer und habe ca. 20 Jahre im deutschen Frauenfußballer zur Nahmannschaft gespielt. Ich bin zweimal Weltmeister geworden, sechsmal Europameisterin. Ich bin aktuell in Portland, Amerika und arbeite dort als Torwarttrainerin. Meine Frau und ich fühlen uns kudelwohl dort. Ich liebe Abenteuer. Ich bin super neugierig. Ich liebe Afrika. Ich glaube, alles was mit Tanz, Rhythmus und sowas zu tun hat, finde ich eine absolute Null. Alles was mit Kondition oder auch mit Kraft oder mit Runterspringen, mit Mut zu tun hat, bin ich glaube ich immer vorne dabei. Ich liebe alle Neuherausforderungen und deswegen werde ich Global Candidator.